die situation die vorgefunden habe war ich sag mal äußerst tragisch prekär schwierig ich bin mit einem team aus fünf sozialarbeiter gerade dabei drum oder aus dieser wohnung rauszuholen ist schwierig ich hoffe wir kriegen das hin den kleinen racker da wieder auf die gute spur zu bringen auf die richtige spur also der leidet der leidet schwer ich glaube aber das geht nicht unbedingt von seiner mutter aus sondern tatsächlich von seinem vater er soll auch gewalttätig sein ist schwierig sehr schwierig dafür ein jahr kostlos prime ach ist es ja eine ja kostlos dann das kann man kann die hallo besser mann grüßiger gern hier wird erkläre ich piet von masthenke von schwein meine homosexuelle liebe ich möchte mich mit ihnen verheiraten lassen friedliches leben auf burgenmast verbringen wir könnten spaß als ob du es spaß als ob du es geglaubt hast grüße aus burgenmast hoffe dieser scherz hat sie dich verletzt falls sie allerdings interesse haben melden sie sich so los die jungs so los sabine sagt es sind noch 79 leute über also ein viertel der leute groben viertel der leute ist weg ok crazy sind etwa 30 leute gestorben ne 40 leute 40 leute gestorben es waren mehr als 100 oder 109 waren es 109 ich muss ganz kurz ich stehe auf richtig harte lange schwänze ich stehe auf schwänze hier auf schwänze da schwänze sind eigentlich geil wenn die das erste tag überlebt giftig bei ihm 10 subs rein bist du bereit ne ich bin absolut nicht bereit oh fuck oh fuck oh fuck digger digger wer ist das das ist so wieder irgend ich bin immer die glocke aktivieren jungs ich bin ich bin ich bin